Nils, ab 1.7. wirst du Cheftrainer des SV Rödinghausen sein. Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen aber jetzt schon sehr aktiv. Wie ist dein Eindruck in den ersten Wochen hier? Ja, die Vorbereitungen laufen wirklich intensiv. Seit der Unterschrift ist eigentlich das Gasbitter durchgetreten. Also da geht es Vollgas. Wir sind voll dabei, den Kader für die neue Saison zusammenzustellen. Mir war es wichtig, im ersten Schritt erstmal mit jedem Spieler intensiv sich zu unterhalten. Telefonisch, Video. Mit dem einen oder anderen hat man sich auch mit Abstand persönlich getroffen. Mit Alex stehe ich natürlich sehr, sehr viel im Austausch. Und jetzt geht es einfach darum zu schauen, wie stellt sich der Kader zusammen. Und das ist so der erste Schritt, was die Planung angeht. Nach außen hin ist es schon so, dass die Herausforderung eine große ist, jetzt nach den erfolgreichen letzten zwei Jahren. Was hat dich so an dieser neuen Aufgabe gereizt zu sagen, ja, der SV Rödinghausen ist jetzt für mich ein richtig spannendes Projekt? Ja, erstmal Kompliment für die Leistungen, vor allen Dingen der letzten drei Jahre. Da war der Verein und die Mannschaft immer unter den Top 5. Die Saison war mit Sicherheit nochmal herausragend. Und ist mit Sicherheit auch sehr schade für alle Verantwortlichen, dass sie nicht so erfolgreich beschlossen wurde, dass man zumindest nochmal die letzten Spiele auch final bestreiten konnte. Und sich auch gebührend, denke ich, mal verabschieden konnte von den Fans und von Verantwortlichen. Und ja, dann auch nochmal, vielleicht nochmal das Töpfchen aufs I bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen hat mich einfach extrem gereizt, wie der Verein auch mit der Situation dann halt nicht aufzusteigen, trotz des sportlichen Erfolgs umgegangen ist. Fand ich bewundernswert und bemerkenswert, mit welcher Ruhe und Gelassenheit. Dass der Verein aber trotzdem große Ziele hat und extrem ehrgeizig ist und sehr engagiert ist und zudem hochprofessionell aufgestellt ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen ist der SVR momentan einer der ganz wenigen Vereine, die wirklich aktiv die Kaderplanung betreiben. Natürlich sind viele Abgänge momentan da, aber auch schon die ersten Neuzugänge. Wie siehst du das? Es gab oft die Kommentare, ja, es findet eine Art Ausverkauf statt. Wie siehst du das jetzt ganz differenziert natürlich auch mit dem Blick in die Mannschaft hinein? Ja, ich glaube, das ist ja normal. Also ich glaube, dass, wenn man eine Saison gespielt hat, die so fantastisch war und wahrscheinlich die beste Saison der Vereinsgeschichte war, dass da viele Fans ja auch total Herzblut mit reingegeben haben und viele Sympathisanten ja auch sich damit identifiziert haben, dass das Gesprächsthema Nummer eins ist. Das ist ja in der Region, das ist ja super. Und das ist ja auch ein riesen Aushängeschild dann letztendlich auch. Und toll für den Verein. Trotzdem glaube ich, dass es im Fußball ganz normal ist, dass eine Mannschaft auch immer einen gewissen Zyklus hat und ein Verein auch einen gewissen Zyklus hat. Also, dass jetzt nach so einer erfolgreichen Saison ein kleiner Umbruch vollzogen werden muss, meiner Meinung nach, ist, glaube ich, ganz normal. Für uns ist es einfach wichtig und ich glaube, auch für den Verein ist es wichtig, dass die Spieler, die auch in der nächsten Saison hier noch dabei sind, und das wird ein toller Grundstock sein, ein tolles Fundament sein, dass sie sich zu 100 Prozent mit dem Verein und auch mit der Aufgabe hier in der nächsten Saison identifizieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Nach Marius Bülter und Fabian Kunz ist jetzt Haktab Omar Traoré der nächste Spieler, der vom SVR den Sprung in eine höhere Liga geschafft hat. Sicherlich auch ein Leistungsträger, den der SVR irgendwo verliert. Für deine Kaderplanung natürlich auch irgendwo nicht ganz unwichtig. Wie siehst du denn deine Mannschaft im kommenden Jahr? Was hast du noch für ein Gerüst? Welche Leistungsträger sind für dich da und was ist so deine Basis? Und vor allem, auf was für Spielertypen können sich die Fans freuen? Ja, erstmal sind das natürlich alles Dinge, die wir im Vorfeld ausgiebig auch diskutiert haben. Alex und ich und wo wir natürlich auch genau gewusst haben, okay, bei wem wird es schwierig, da eine Vertragsverlängerung anzugehen. Sondern es ging deshalb auch darum, mit jedem Spieler zu sprechen, okay, was sind seine nächsten Schritte und wie sieht er auch die ganze Situation hier? Ja, und deshalb bin ich einfach froh darüber, dass wir schon ein überragendes Gerüst auch für die neue Saison stehen haben, was ja auch sehr, sehr stabil ist und was eine sehr, sehr gute Basis ist. Dass mit Nick und mit Schöny beide Torhüter bleiben, dann die komplette Innenverteidigung bleibt, sodass wir schon mal eine gute Stabilität im Defensivbereich haben. Ich finde es eine sensationelle Nachricht, die vor einigen Tagen, Wochen dann auch für uns dazu kam, dass mit Lukas Kunze, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger, junger, hochtalentierter Spieler, der aber auch schon bewiesen hat, im Regionalliga-Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen und da mit Sicherheit auch hineinwachsen wird. Das ist schon mal eine super Sache, der dann eine zentrale Position noch einnehmen wird. Mit dem Christian Derflinger, der mit Sicherheit aus der Verletzung dann wiederkommt, Parti Kurzen bleibt, Buckmeier, der so langsam jetzt ja auch angekommen ist. Also schon ein gutes Gerüst, was wir haben und wo es jetzt einfach gilt, dieses Gerüst so zu verstärken, um auch nächstes Jahr wieder eine Top-Rolle zu spielen, unsere Ziele zu erreichen. Also das steht außer Frage. Und das Schöne ist, was ich auch einfach so als Feedback bekomme und auch Alex als Feedback bekommt, wenn man mit Spielern spricht, mit Beratern spricht, das ist schon so, dass das in der Fußballwelt, dass Rödinghausen sich mittlerweile einen Namen gemacht hat. Und das spüren wir natürlich auch in den Gesprächen mit den Spielern. Das steht außer Frage. Deswegen bin ich auch einfach wahnsinnig davon überzeugt, dass wir eine interessante Mannschaft bekommen werden, die mit Sicherheit etwas jünger sein wird. Ich glaube, auch das ist ganz normal nach so einem kleinen Umbruch. Die wird mit Sicherheit etwas jünger sein, aber ich glaube, hochtalentiert. Aber in erster Linie geht es darum, einfach die Stärken der Spieler herauszukitzeln. Und da wollen wir auch in der nächsten Saison, oder wollen wir in der nächsten Saison aufgrund dieser Basis eine sehr, sehr aktive, dominante Rolle einnehmen. Eine Mannschaft haben, die das Spiel absolut kontrolliert, die eine hohe Intensität, vielleicht eine noch höhere Intensität in jedem Spiel hat, die sehr, sehr stark auch im Gegenpressing agiert, also die unheimlich viel Aktivität und Aggressivität auf dem Platz ausstrahlt. Also das ist schon etwas, wo wir auch extrem darauf achten, auf jeden Fall. Jetzt durch die aktuelle Situation ist es natürlich nicht so leicht, zu sagen, wann du wirklich aktiv mit der Arbeit beginnen kannst, wann du quasi dann mit deiner Mannschaft auf dem Platz stehen kannst, wann es wirklich losgeht, auch mit der Vorbereitung. Wie sind denn da aktuell so deine Ideen, deine Planung? Kann man überhaupt schon konkret sagen, ja, jetzt geht es wieder los? Ja, es gibt ja so vage Terminvorschläge von Seiten des Verbandes, das ist mit Sicherheit dann, der Alex Müller steht ja im engen Kontakt auch mit dem Verband, also das ist mit Sicherheit dann etwas, wo man so einen groben Plan machen kann, Detailarbeit ist mit Sicherheit nicht möglich. Das ermöglicht jetzt mir gerade aktuell natürlich auch irgendwo, ja, die Zeit, Dinge vielleicht noch mehr zu hinterleuchten, Dinge mehr vorzubereiten, Dinge mehr zu planen, ja, Trainingseinheiten und so weiter sind komplett teilweise dann schon durchgeplant. So Ideen halt, die man dann verfestigt, natürlich dann auch Ideen zu verfestigen mit dem Kader, mit der Mannschaft, das sind Dinge, die man im Vorfeld planen kann. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, von unserer Seite aus mit den Spielern in Kontakt zu bleiben, weil auch für die ist es eine wahnsinnig schwierige Zeit, glaube ich, nicht zu wissen, wann geht es wieder los. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch eine unglaubliche Verpflichtung, sich auf dem Level zu halten, dann auch irgendwo, oder am Fitnesslevel zu halten, dann auch irgendwie wieder zu starten, wenn es wieder losgeht, auf einem guten Niveau zu sein. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit für die Spieler an sich und das ist so schon etwas, was gerade viel Zeit in Anspruch nimmt, klar. Deine Ziele für die neue Saison? Ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, eine Mannschaft zu entwickeln und eine Mannschaft wachsen zu lassen, die einfach sich damit identifiziert, sich mit dem Verein identifiziert, die das Ganze lebt, die einfach eine hohe Aktivität auf dem Platz hat. Das ist mir unheimlich wichtig, dass die Mannschaft, dass man auch als Außenstehender merkt, okay, da ist eine Mannschaft, die klare Prinzipien hat, die eine klare Abläufe hat, die eine klare Handschrift trägt. Das ist also etwas, was mir unheimlich wichtig ist. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht genauso ehrgeizig wäre wie die Verantwortlichen hier im Verein und dazu zielt es, auch im nächsten Jahr wieder die letzten Jahre zu wiederholen, nämlich in die Spitzengruppe der Regionalliga West zu kommen. Mit Sicherheit sind Ziel auch, die Pokalspieler wieder als Highlight zu nehmen und diese Highlighter auch zu leben und auch zu schmecken, einfach so. Und das sind mit Sicherheit, glaube ich, schon hochgesteckte Ziele, wo wir alle Energie und jegliche Arbeit reinstecken werden. Vielen Dank.